In Bulgarien wurden zwölf Personen verhaftet. Sie sollen Illegalgüter nach Russland und in die Ukraine geliefert haben. Im EU- und NATO-Mitgliedstaat Bulgarien sind zwölf Personen festgenommen worden, die Illegalgüter mit doppelter Verwendung für den Krieg in der Ukraine nach Russland geliefert haben sollen. Es handelt sich um sieben bulgarische Staatsbürger, drei Russen sowie einen Albaner und einen Belarusen, wie die bulgarische Staatsanwaltschaft, das Innenministerium und die Nationale Sicherheitsagentur Danz am Dienstag mitteilten. Die Güter, die auch militärisch verwendet werden können, gingen den Angaben zufolge an die russischen Spezialeinheiten und die Wagner-Gruppe in der Ukraine. Die Beschuldigten sollen Waren im Wert von mehr als 4 Millionen Lever, gut 2 Millionen Euro, nach Russland gebracht haben, etwa Ferngläser. Die Güter wurden demnach im Ausland gekauft, in der südbulgarischen Stadt Plaudiv umgepackt, dann in die Hauptstadt Sofia geschickt und von dort aus nach Russland geliefert. Die Gruppe sei seit 2021 aktiv gewesen. Festnahmen und Durchsuchungen habe es in Sofia, Plaudiv, Warner am Schwarzen Meer und im nordbulgarischen Veliko Tarnovo gegeben.